Hallo, ich bin Werner Wende, ich komme aus Gelnhausen und baue Gitarren aus einheimischen Hölzern. Vielleicht kennen mich noch manche von meiner vorherigen Marke, Natsangi Stromgehalte. Die habe ich vor zwei Jahren aufgegeben, seitdem baue ich Gitarren unter meinem Namen, Wende Stromgitarren. Hier kann man sich vielleicht ein oder zwei Exemplare angucken. Das Modell 444 mit dem Spitznamen Godzilla hat diese Bewahntnis, dass diese Tonabnehme, ein P90, hat maximalen Output von 60 Kiloohm, was die Leute eigentlich schon erschreckt, weil eigentlich dann alles in Schutt und Asche legt. Hier habe ich noch ein Modell 51 Hertz Kaste, ist auch aus einheimischen Hölzern und in Richtung Telekaste. Dankeschön. 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 Dankeschön.